Was brauche ich? 4 Ey, die Dinger sind schon bei 83% Krass Dafür, dass sie vor einer Woche nachgeschmissen worden sind Das ist nicht schlecht Ja, 16 Stunden real life, ne? Ist ja bald Haben wir ja bald dann Den Energy Acceptor oder so weiter wie immer Jo, dann können wir langsam loslegen Der Ton liegt auf langsam So, das Das System wird überbewertet Bis ich reise Redstone Glass Und davon Die Dinger, ne? Genau Habe ich So, dann brauche ich jetzt noch Die Backen hier durch die Decke raus Dann hätte ich die Dinger auch fertig Das ist ja nicht So geht's durch das meiste Backen Hier durch die Decke Okay Ja, ich seh das gerade Weil hier Oder irgendeiner hat wieder ein Magnet an Ich nicht Wahrscheinlich Wahrscheinlich Ja So Vielleicht Hm, 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 hm Das habe ich Klar Ich bin größer bauen und auch noch ein Stück größer bauen wir müssen endlich die Kastelf machen ich weiß 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 es poppt oder du haust mit Agri-Craft die Botanierpflanzen hoch dann gehts auch schnell du findest auch die ganz normalen Pflanzen ganz normale Pflanzen nehmen von die die anderen Pflanzen wachsen lässt ja ich sag aber du kannst ja theoretisch auch die Petals benutzen aber du musst dann halt am besten von Agri-Craft die Dinger auf 10,10,10 kriegen dann geht halt am schnellsten dann sind die Rohrasen schnell die Teile ja nur die Pflanzensbekommen dauert auch eine Farbe nicht aus dem Haus die meisten haben wir doch schon blau haben wir auf jeden Fall habe ich schon gesehen oben aber dennoch das hochzüchten ist das was dauert das eh das ist es ja das hochzüchten orange haben wir doch orange haben wir auch wir haben sogar fast jede Farbe glaube ich die wir bräuchten von Botanier richten Farben brauchst du na ich meine jetzt für das Lagerding ne wie der darf schon wieder so eine Scheiße für den Ausbau ach ja den Farben hätten wir wie gesagt die wichtigsten ist halt Magenta ähm blau orange blau haben wir aber nicht und die andere doch blau klar hellblau doch dunkelblau haben wir auch und die vierte war sie jetzt nicht blau hellblau Leim Leim haben wir nicht zu grün gemacht orange haben wir grau brauchst du auch das weiß ich grün genau aber das hochzüchten dauert immer so hihihi so wie denn nicht lang lang sieben überall anders vorn warst aber gar nicht hm 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 Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das. Das, 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 das und das. So. Juhu. Erster Jackpeg, ich glaube nicht. Let's go, oder? Ja, ja, das erste, klar. Noch wenigstens einer fliegen. Oh, das ist aber auch eklig zu bauen, ey. Na, das Wiki hat das neue Rezept noch nicht. So. Managlas brauchen wir jetzt auch noch. Obwohl. Ja, wenn wir. Wir haben noch als Zuckerrohr fahren. Die baue ich gerade an einem anderen Platz. Weil die mir sozusagen im Weg war. weitern wollen. Ja. Mal gucken. So. Das Ding habe ich auch. Das brauche ich noch und das, alles klar. Scannen? Hm? We need to understand the study of Bastia. Äh, what does you say? Ich bin ein bisschen am Scannen. Wenn das alles drinnen läuft. Ach so. Ach so, ach so. Oh mein Gott Ausgehen Ich werde mal unsere Zertox-Squartz-Dinger woanders so lange hinpacken. Ne. Wo wandern sie jetzt hin? Das lässt sich nicht sehen. Ne, Aske. So, wo sind jetzt die Zertox-Squartz-Dinger hin? Wo sind die Zertox-Squartz-Dinger? Sind die jetzt durch die Decke gepackt? Das war so. Keine Ahnung. Die Zertox-Squartz-Seed. Da sind meine Kisten drin. Hm, toll. Na, bravo. ich habe sie nicht aufgehoben. Die sind hier gerade hochgeschworen, schwebt und dann sind sie auf einmal weg gewesen. Ich habe es auch nicht. Naja, vielleicht ist Schwabe die. Da sind sie durch die Decke gekommen. Kann sein. Hoffentlich. Hey, meine Monster hat mal anscheinend zu funktionieren. Hey, Zombies! Ach nee, da sind sie. Runter! Ein Stick habe ich davon. Das wäre gut. Ach komm, der parkt jetzt da oben rum. So nett sein. Nö. Das funktioniert. Wir bekommen nur noch Wenzhenstein. Ein paar Ventilatoren. Da können wir nach oben. Jetzt haben wir wenigstens mal auf den Mund liegen getroffen. No. Ohne. Ich würde sagen, die sind weg. Ne, ein Stick habe ich. Ein Stick ging ja gerade an der Decke immerhin. Aber der zweite, das weiß ich nicht. Wie war das vorhin mit der Quarz-Sphäre? Baut, zwei gebaut und keiner ist da. Ja, aber dann mit dem Zertus-Quarz-Dienst wäre aber blöd. Weil da dauert ja ewig, bis sie fertig sind. Das wäre nicht so geil. Nee. Nee. Ein paar Schwierigkeiten gerade zu nehmen. Iron Casing. Mal wieder. Ach, ich habe hier noch. So. Was war das denn jetzt nochmal? Laser. Da, wo musst du gehen. 4, 3, 2, 2. 2. Was war das? Hm. Die Slime-Farm funktioniert, aber die Monster-Farm funktioniert nicht so gut. Naja, die müssen wir wirklich wohl in ein paar Etagen tiefer setzen. Wie gesagt, 24 Blöcke musst du mindestens Abstand haben, damit Monster spawnen können. Außer natürlich Blattensparen oder so. Du musst einfach zwei Chancs größer in jeder Richtung, dann geht es auch. Naja, bedenke ich habe gerade ich möchte dem Maschinenraum zwei Blöcke runtersetzen. Was habe ich jetzt gerade gesagt? 4, 3, 2, 2, 2. Monster-Farm ist irgendwie auf Höhe 50 oder so. Naja, es sind 16 Blöcke. Naja, wie ging das jetzt nochmal? Der Arm ist auf Höhe 50, ja. Und ist drei Blöcke hoch. Wie ging das jetzt nochmal? Da unten sind irgendwo Endermans. Wie benutzt man nochmal ein Turning Table? Google ist vorhin in Telfer. Brauchst du so'n Elektrik-Kinetic-Motor? Brauchst du so'n Handle? Aber wie war das? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Schau dir deine Folge an. Du hast deine Folge gemacht, mit einem Fini-Tempäck. Ich weiß, das hatt' ich auch. Ja, auch wieder da. Da hat er das Mikrofon ausgemacht. Nö, also hier ist nirgendwo einer. Jetzt weiß ich, woran das liegt. Da brauchtest du kinetische Energie. Ja, du brauchst diesen Elektrik-Kinetic-Generator oder was das Ding hieß. Ja, genau, das brauchst du nämlich. Ach, das geht ja. Na ja. Dann wollen wir mal ein bisschen was tun hier. Das. Hat der, hat sich bewegt. Vielleicht hat er die Certo-Squad-Seeds aufgehoben. Den 1-Stack. Das wäre gut. Du bist ge-mutet, Schwabe. Im TS. Ja, ich habe einen Rackstarim. Er ist weg. Weitig. Das haut einfach ab. Ist ja nicht wahr. Jetzt. Ah, jetzt. Du hast für sie hätt'n Sticker gezogen gehabt und dann musst du den TS neu starten. Ah, okay. Ach so. Äh. Deckmine-Sertus-Generator ist hinter dir in der Küste drin. Hier. Rafting-Maschine. Ah, okay. Da sind 64 mal Und du wolltest doch Leder. Ich habe Leder ein bisschen, ähm. Ja, hier, da. Ich habe noch 36. Machst du dein Magnet aus? Wenn du hier bist? Ach, jetzt hat der das Wasser weggeämmert. Ich glaube nicht. Mach dir am besten oben irgendwo hin. Bin jetzt sowieso weg. Jetzt macht er jetzt mal, sagt er, oben hin. Jo, ich bin dann auch mal weg. Okay. Am halb 6 sind wir heute früh. Am halb 7 sind wir heute früh. Am halb 7 sind wir heute früh. So früh. Bei mir zwar nicht, aber ich bin müde. Ja, ich auch. So lange werde ich jetzt auch nicht mehr machen, aber ein bisschen was muss ich noch machen. Was weiß ich, der nächste Wecker, also. Sonst ist es zu wenig. Schade auf jeden Tag. Also dann, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Jo, ciao, Dracul. Schönen Abend, Dracul.